Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Wir sprechen heute nochmal ein bisschen über das Prestigen in Call of Duty Ghosts. Ein paar Fragen waren da anscheinend noch offen, ich hab immer wieder Fragen bekommen. Und die meistgestellte Frage war einfach, sieht man denn ingame bei anderen Leuten und sieht man ingame bei mir selber, wie viele Charaktere ich schon prestiget hab? Und letztendlich kann man das ganz leicht beantworten, ja es ist so. Das heißt, es ist ja diesmal bei Call of Duty Ghosts so, dass man 10 Charaktere hat und jeden von diesen 10 Charaktere kann man einmal bis Level 60 spielen. Bei Level 60 werden die gelockt, die kommen in Prestige und dann kann man damit nichts mehr machen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man zweimal Level 60 werden muss, um eben einen Charakter fertig zu spielen, sondern wirklich nur einmal. Danach ist der Prestiget und Prestige funktioniert jetzt so ein bisschen wie Prestigemaster. Das heißt, danach geht es nicht mehr weiter, die ganze Sache wird einfach gedeckelt. Das macht man eben ganze 10 Mal, dann ist man fertig und es ist so, dass sich bei den verschiedenen Charakteren erstmal ingame im eigenen Menü nichts verändert. Das heißt, der Typ, der als erstes Prestige geht, kriegt dieses erste Prestigesymbol. Der, der als zweites Prestige wird, kriegt das zweite, der, der als drittes Prestige wird, kriegt das dritte und halt ganz normal so weiter. In-Game, bei anderen Spielern im Multiplayer, wird allerdings immer angezeigt, wie viele Leute man schon im Prestige gebracht hat. Das heißt, wenn man jetzt 8 Leute von seinen 10 Charakteren schon prestiget hat, dann sehen die Leute eben im Spiel, egal welchen Charakter man jetzt dabei hat, dass man eben schon 8 Leute in Prestige gebracht hat. Das heißt, so kann man ganz gut sehen, wie gut die verschiedenen Leute sind. Man kann gut sehen, wie viel die schon gespielt haben. Und letztendlich kann man trotzdem noch nachvollziehen im eigenen Menü, welchen Charakter man denn jetzt zuerst hochgelevelt hat und wer der zweite war, wer der dritte war und so weiter. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen helfen. Ich finde diese neue Sache auf jeden Fall ziemlich gut. Mir gefällt dieses neue Levelsystem. Ich finde die Idee sehr interessant, dass man verschiedene Charaktere hat und ich bin sehr gespannt, wie es dann im Spiel auf jeden Fall sein wird. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das war es jetzt auch schon wieder von mir. Falls euch diese Informationen geholfen haben, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Das unterstützt mich sehr auf YouTube. Außerdem könnt ihr natürlich auch ein Abo dalassen, falls ihr weiterhin auf dem neuesten Stand in Sachen Call of Duty Ghost sein wollt. Außerdem bekommt ihr jetzt noch zwei Videos angezeigt. Da könnt ihr wählen, falls ihr noch ein weiteres Video anschauen wollt und falls ihr die noch nicht gesehen habt. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.